Hallo YouTube, hier sind wir wieder mit einer weiteren Folge Let's Play Minecraft. Mit dabei der Markus. Land, ich bin auf Land. Hallo. Der erst mal eine halbe Stunde gebraucht hat, um zu mir zu kommen. Und in der Zeit habe ich erst mal Essen gemacht, habe dann auch schon angefangen zu essen. Und auf einmal schreibt er mir bei WhatsApp, ey, ich bin an deiner Stelle, du kannst den Server ausmachen. Und ja, ich weiß nur gar nicht mehr, aus welcher Richtung wir kamen. Ich auch nicht. Ich sehe aber schon wieder Pferde. Ja, bringt uns nichts ohne Sattel. Sind das Kühe? Das sind Kuhpferde. Kühe töten, weißt du doch. Töte sie. Alle. Ja, 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 ruhig. Ich bin noch müde vom Paddeln. So, in welche Richtung gehen wir? Hast du dich schon entschieden? Irgendwo am Wasser entlang oder so. Das ist ein schönes Pferd, das hätte ich jetzt gerne. Ja, also von mir aus. Sagte er und läuft Richtung Wald. Ich such dich? Ach, da oben. Oder da entlang? Ich weiß nicht mehr, verdammt. Von wo kamen wir? Oder wir laufen hier zurück, denken, gehen ins Abenteuer und landen dann bei uns zu Hause. Es wäre auch ein Erfolg, dass wir nach Hause finden. Ich weiß nicht, vielleicht doch lieber hier über Land. Ja, oder lass mal hier entlang so diesen Klippen. Genau. Vielleicht finden wir ja dann doch irgendwann mal ein Dorf. Haben wir was Spezielles gesucht? Ich weiß nicht mehr, abgesehen vom Sattel. Einfach nicht, ne? Einfach so losgehen. Dörfer und so erkunden. Ja, ein Dorf wäre halt schon ziemlich geil. Natürlich wird es dunkel, direkt am Folgen anfangen. Sehr geil. Ja. Äh, wo bist du? Ähm, hier. Ich springe. Umdrehen. Okay. Puh, nicht, dass wir uns schon wieder verlieren. Man muss ganz schön viele Brote essen, um satt zu werden. Ich sag ja, aber die Brote sind irgendwie nicht sehr nahrhaft. Vielleicht können wir ja die Monster. Ja, aber hör mir auf. Ich hab auch irgendwie... Boah. Man muss auch irgendwie so oft, weil wir die ganze Zeit rennen, muss man so viel futtern. Das nervt. Skelett. Tod. Wasser. Sehr geil. Ich hab einen Enderman gehört, glaub ich. Ist das hier ne Insel oder geht's da hinten weiter? Hm. Also das hier rechts erscheint ne Insel zu sein. Gibt's denn eigentlich auch Festungen hier oben, weißt du das? Also in der normalen Welt? Ähm, weiß ich nicht. Festungen meinst du jetzt im Sinne von? So Verliese oder sowas, wo man dann Sachen findet. Ich meine, sowas gibt's hier. Ja, also ich hab sowas halt schon mal in der Wüste gesehen. Ob es jetzt im Wald ist oder im Gebirge, weiß ich nicht. Da hinten ist ein Enderman, pass auf, wo du hinguckst. Hab ich noch meinen Kürbis? Warte, dann kann ich das direkt mal testen. Teste du, ich renne einfach geradeaus, ne? Aua, ich werd beschossen von irgendwo. Die sind extrem viele Monster und du versuchst erstmal da mit dem Kürbis abzugehen. Aua. Das, ich muss den Kürbis mal ablegen, sonst wird's langsam ein bisschen dramatisch. Aua, was? Ja. Ähm, Hilfe. Wo bist du? Andere Richtung, glaub ich. Ich bin umgeben von Hühnchen und Zombies. Ach da. Oh, und der ab, schnell. Ne, Zombies sind nicht so schlimm. Die können wenigstens nur langsam laufen. Die, das Schlimme sind die Hühnchen. Ach, die Hühnchen, die Skelette. Oh, was ist das denn für schöne Blumen hier? Ich seh nur Weiß. Flieder, okay. Flieder duftet gut. Schade, dass es kein Geruchsspiel gibt. Kommt auch noch. Aua. Ich hab was gehört. Eine Explosion. Alter. Schneller. Wo bist du denn hin? Ach da. Das bringt uns natürlich sehr viel, wenn wir jetzt durch die Nacht rennen. In's Nirgendwo. Aua. Ja, erstmal hier lang. Erstmal von den Zombies entfernen. Und vielleicht finden wir ja irgendwann... Oh, ich muss was essen. Ich bin langsam. Nein, jetzt hab ich die letzte Fackel aufgestellt. Da hinten leuchtet was. Ich weiß, aber ich kann nicht rennen. Ich komme zu deiner Verteidigung. Ach, du, da ist ein Creeper. Wo? Hinter dir. Pass auf. Was ein Chaos. Einfach rennen. Lass uns rennen. Da hinten, das ist glaube ich nur Lava, oder? Scheiße. Nein. Boah. Alter, oh oh. Komm, hier hinten hin ins Wasser. Ich kann nicht mehr laufen. Oh oh. Komm ins Wasser, dann sind die Zombies auch... Oder die Monster auch langsam. Meine Fresse. Kurz Pause. Was für eine Dramatik direkt am Anfang. Ich hast du nochmal vielleicht eine Fackel für mich, weil ich brauche immer einen, damit ich Licht auch habe, aber ich... Markus kann nicht bis eins zählen. Ja, im Besseren mehr als keine. Ja, ich weiß. So. Äh, wieder hier lang. Ja. Ja. Oink. Ich habe die Hoffnung, dass wir jetzt gleich was finden. Okay, das ist nur Lava, das ist langweilig. Das will keine, aber... Alter. Nur noch am Explodieren hier. Ja. Auch nicht schlecht hier. Sieht irgendwie interessant aus. Das schon, aber irgendwie trotzdem nicht das, was ich mir erwartet habe. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir was Bestimmtes suchen, oder? Abgesehen vom Sattel. Wir hätten uns die alten Folgen, oder so, mal durchgehen sollen schnell. Wir haben noch was vergessen zu erwähnen, was Wichtiges. Ja? Du bist mal wieder im Urlaub. Ach so. Ja. Ab heute quasi, wo diese Folge erscheint, wenn ich das richtig im Kopf habe. Du warst im Mathe-Kar, warst du? Musst du können. Ja, war ich, aber es ist zu lange her. Verdammt, wo bin ich hier? Wo bist du? Am Rand der Clip, wieso auch immer ich hier hingelaufen bin. Auf jeden Fall werden wir die Folgen schon mal voraufnehmen. Das heißt, es wird die nächsten zwei Wochen ungefähr ein bisschen weniger Community-Bindung vielleicht sein. Und wenn ihr was erwähnt, dann haben wir das vielleicht nicht sofort in der nächsten Folge parat. Ja. Aber, wenn es uns gelingt, kommt scheinbar trotzdem täglich eine Folge. Ja, hoffen wir. Und, äh... Du bist auch da. Ja, mal schauen. Ähm, irgendwie ist hier immer noch nicht wirklich was. Hier brennt zwar immer mal wieder Licht, aber das ist dann irgendwie immer nur Lava. Ja, komm, wir gehen mal rüber. Dieses... Gleich müssen wir schon wieder einen Ofen machen, damit ich schon wieder was zu essen herstellen kann. Ich hab nämlich schon nicht mehr so viel. Oh, oh, oh. Hä? Sind wir im Kreis gelaufen? Sind wir? Hier sind drei Fackeln. Hier haben wir angefangen. Nein, nicht irgendwie... Toll. Ja, wir sind tatsächlich im Kreis gelaufen. Sehr geil. Okay, dann können wir jetzt einen Cut machen und einfach nochmal von vorn an wagen. Toll. Hä, wo sind wir? Wir sind da lang. Aber wie können wir denn da im Kreis gelaufen sein? Ich hab keine Ahnung. Das erschließt sich mir nicht. Vielleicht sind wir... Haben wir irgendwie das Ende der Karte erreicht und das teleportiert uns dann immer automatisch irgendwo hin. Das habe ich mitbekommen. Vielleicht ein Fehler in der Matrix. Ach so! Das wird sein. Aua. Ich hab schon wieder Hunger, Alter. Wir sollten vielleicht doch übers Wasser gehen. Jesus-Mode aktivieren. Hab ich denn noch ein Boot? Nein, natürlich nicht. Ich hab auch gar kein Holz mehr. Alter, mein ganzes Inventar ist vermüllt. Hast du zufälligerweise Holz? Ja. Dann bau mal vier Boote, bitte. Vier? Ja. Zur Sicherheit. Ja, wenn ich wüsste nochmal, wie das ging. Überdeckung, bitte. Ich hab dir auf jeden Fall schon mal eine Werkbank hingestellt. Ich hab jetzt auch schon eine. Aua. Du bist wüsstig, Deckung. So viele Monster hier. Eine Schüssel habe ich gemacht. Das wollte ich nicht, weil der Boot. War das nicht einfach? Ja, jetzt habe ich es. Okay. Nein, nein. Böses... Böses Zombielein. Warte, ich hau's mal direkt raus hier, damit ich mein Inventar nicht kommele. Du hast übrigens keinen Helm, weil's dir das noch nicht aufgefallen ist. Ja, ja, nehm ich gleich. Nehm ich gleich. Du hast das Boot wieder aufgenommen bei Zoe. Jetzt kannst du, ich hatte keinen Platz. Vielleicht bin ich irgendwo runtergefallen. Ja, da kommst du aber auch ganz gleich wieder hoch. Die Frage ist, ich trau mich nicht mehr aufs Wasser. Außerdem wird es jetzt Tag. Hast du jetzt... Ja, aber es bringt uns ja nichts. Wir kommen hier ja irgendwie so nicht weg. Hast du wie viel Boote hast du jetzt gemacht? Für dich zwei, für mich eins. Ich hab aber nur eins. Ah, ja. Mein Helm. Äh, da, Pilze brauche ich nicht. Die Frage ist halt, in welche Richtung wir jetzt paddeln. Ich würde sagen, wir paddeln ein bisschen langsamer und nicht so kreuz und quer mit Wettrennen wie letztes Mal. Ich würde sagen, erst mal auf jeden Fall der Küste hinlang. Ja, das wollte ich sowieso. Achtung, 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 nicht quashen hier. Ja. Die Sache ist halt die, wenn hier überall die ganzen Creeper da... Die ganzen Creeper hier an der... An der Klippe. Das sind Fans, die uns zuwinken. Ups. Aber, ey, das ergibt für mich echt kein... Wow, wie viele Dings sind denn hier? Kein Sinn, dass wir da... Das rauscht schon wieder so komisch bei mir. Was ist das? Ich sag dir, wir sind am Ende der Welt. Ist hinter mir? Uah! Moment. Soll ich dir meins geben? Ja, ne, ich mach eben, solange ich hier an Land bin. Ich fahr schon mal hier an der Küste lang, ne? Keine Sorge, dass ich dann weg bin. Toll, meistens auch kaputt, weil dieses... Weil's geleckt hat und ich einfach mal voll gegen die... Äh... Na, gut, dass ich noch eins hab. So, das ist die Frage. Gehen wir an der Küste lang oder nehmen wir hier den Fluss? Ich würd' sagen, lieber Küste. Hallo, bremsen, was ist los? Ich kann nicht bremsen. Toll, meinst du schon wieder kaputt? Jetzt muss ich aber selbst eins machen. Ich guck mal, ob ich genug Holz hab. Aber ich glaub, ein bisschen... Ja. Wenn's kaputt geht, bekommt man ja drei. Ja. Was ist denn das da? Sieht aus wie ein Unterwassertempel. Echt jetzt? Zumindest so ein Tor. Interessant. Ernsthaft? Aber wie sollen wir denn da unten... So lang kann man doch nicht atmen. Ne? Sieht aus wie so ein Tor, ne? Ja, das sieht absolut aus wie ein Tempel. Ich hab übrigens schon wieder diesen komischen Sound. Ja, hatte ich auch gerade. Und da unten sind Kugelfische, glaub ich. Sollen wir mal runter oder trauen wir uns nicht? Ne, das ist halt die Frage. Es gibt die Möglichkeit, dass man irgendwie länger atmen kann. Ich weiß nur nicht wie. Ich glaub, da ist ne Verzauberung, die es gibt, aber... Was ist das denn? Wenn komisch ist, aus meinem Boot kommen irgendwelche komischen... Aua! Hä? Ich werd beschossen von diesen Kugelndingern. Lassen diese Dinger die Geräusche machen. Ach so! Hau ab, die beschließen einen. Ich hab noch drei Herzen, Alter. Alter, was ist das? Ich hab irgendwas in meinem Boot. Ich auch! Ah! Ähm, Milch? Ich glaub nicht, dass das was bringt, oder? Keine Ahnung, ich hier trinke, aber ich trinke Milch. Ach, wir haben Abbaulähmung. Ich hab Abbaulähmung drei. Hast du auch was? Oder ist das weg durch die Milch? Ich hab alles weg. Ich glaub, die Milch hat tatsächlich geholfen. Warte, versuch ich das auch mal? Jo, ist weg. Jo, ist weg. Ein Hoch auf den Kommentator, der uns diesen Tipp gegeben hat. Ja. Aber was das da unten ist, find ich echt faszinierend. Ist dir auch... War dir auch so ein Ding ins Boot gesprungen? Ja, so ein goldenes, glitzerndes Ding oder so. Da hast du ein Pokémon. Krass, ey. Okay. Dann wird das wahrscheinlich so sein, dass da unten einfach was Wertvolles ist und das wird beschützt. Das kann sein. Ich mach mir eben ein neues Boot. Die Frage ist halt nur, kann man es bekämpfen? Unter Wasser mit Schwert stell ich mir ein bisschen schwer vor. Was auch sehr... Ja, ganz kurz, was sehr geil ist. Ich habe aus Versehen mit dem leeren Milch einmal Wasser aus dem Ozean genommen und da ist jetzt einfach mal ein Loch. Hm, zumindest erklärt es die komischen Geräusche. Siehst du das Loch da? Nein, wird mir nicht angezeigt. Rauschen. Da hinten, das ist so ein richtiges Laserding, der beschießt jetzt die Tentakel oder sowas. Siehst du das? Guck mal, die sind sogar draußen an der Oberfläche jetzt. Ich sehe aber nicht die Schüsse irgendwie. Ich sehe nur, wenn es mich trifft. Unter Wasser sieht man absolut gar nichts. Ich glaube, wir sollten das einfach mal meiden. Es ist nur die Frage, da hinten rechts ist so eine Insel oder so oder anderes Land. Ich würde sagen, wir umfahren das erst mal und gucken, ob wir da hinten fahren. Gute Idee. Moment, ich haue ihm das Boot ins Wasser und folge dir. Hm, hm, hm. Das haben bestimmt schon die Leute unter den letzten Folgen gekocht. Wow, schon wieder, Alter! Schreck mich, das Ding jedes Mal. Ist aber nur Abbaulähmung, ist mir jetzt egal. Das ist ein Skelett mitten auf dem Wasser. Das haben die Leute bestimmt in den letzten Folgen schon geschrieben, was es ist. Aber jetzt wissen wir auch schon. Also für mich sind das Kugelfische. Kugelfische, die schießen. Die können ja mal erklären, was es genau ist und was es macht, ob es irgendeinen Sinn ergibt. Ja, bist du sicher, das ist für Richtung Inselfahren? Ach, da. Ja, eigentlich schon. Kloppte bei mir ziemlich spät auf. Geil, fängt da schon wieder an. Lass mich nicht alleine. Die Sache ist, was sollen wir hier? Hier ist irgendwie gar nichts. Die Inseln sind sehr klein, oder? Ja. Da hinten ist noch eine Insel. Die große hier? Du wolltest mir doch folgen. Folge mir einfach. Ich folge. Mann, diese Dinger erschrecken eigentlich richtig, wie die vor einem erscheinen. Ja. Aber heftig. Okay, hier sieht es nach Land aus. Nach gruseligem Land irgendwie. Aha. Okay, okay. Oder bilde ich mir ein, dass das ein bisschen gruselig ist, dieses ganze Gesteinformation mit der Lava, die ins Wasser läuft. Sieht geil aus, aber... Wow. Alter. Toll. Kaputt. Yep. Wo bist denn du hin? Da. Ich gehe auch eins lang. Moment. Ich folge dir direkt. Und ich verstecke mich, damit der Markus mich nicht findet. Das bewirkt eigentlich Abbau. Ja, wahrscheinlich brauchen wir länger, um Stein oder sowas abzubauen. Alter, was ist das denn? Ich komme nicht ans... Jetzt. Okay. Ich lasse die Abbaulähmung erstmal. Was ist denn los? Ich kann nicht klettern. Ah, jetzt. Hast du vielleicht eine andere Lähmung? Kann ja auch sein. Eine Abbaulähmung 3. Habe ich auch. Dafür würde ich jetzt erstmal meine Milch nicht verschwinden. Ja, wo bist du jetzt hin? Ach, da oben. Ich wollte doch sagen, du musst mich doch sehen. Du seh dich. Du siehst mich. Das ist so wunderbar. Ja, geil. Und ich dachte, das wäre ein richtiges Land und jetzt ist hier schon wieder Ende. Gut, dass wir Holz haben. Es sieht nicht aus, als ob es hier Bäume gäbe. Joa. Das sind doch hier alles so... nach da bist du. Wobei, das ist eine größere Insel, aber das ist halt die Frage, ob hier was ist. Da hinten sieht was mit Bäumen aus. Da können wir rüber. Ich muss aufpassen. Ich habe noch zwei Herzen. Meinst du auf eine andere Insel? Ja, da musst du was essen. Mein Essen ist voll. Okay. Meinst du hier auf der Insel oder die Insel daneben an? Wo bist denn du hin? Ne, ich meinte... Über dir. Hier. Ja, ich weiß. Moment. Wenn du nach... Jetzt nach links schaust, da wo diese Sand dünne ist oder wie das heißt. Dahinter habe ich gerade noch Bäume gesehen. Aber hier scheint ja nun doch etwas zu sein, oder wie jetzt? Ich weiß nicht. Das ist ja irgendwie die... Ist das normal, dass so viele Inseln sind oder haben wir nur echt Pech gehabt, dass hier nicht irgendwie Wüste und Städte sind? Ich weiß nicht. Ich würde vor allem gerne Wüste. Dahinten sieht aber ein bisschen wüstenmäßig aus. Den Dschungel haben wir auch noch nicht gesehen. Also das hier ist anscheinend eine Steininsel. Hier ist sehr viel Kohle, wenn ich das mal so sagen darf. Sollen wir da rüber? Was sind denn? Sand und Bäume. Ja. Aber es ist halt die Frage, ob wir hier jemals nochmal irgendwie zu richtig festem Land kommen oder ob wir jetzt ewig über kleine Inseln... Ich hoffe nicht. Ich auch. Das wäre nämlich doch schon ziemlich öde, wenn ich mal ehrlich bin. Auf geht's. Ist das die gleiche Insel? Das ist, glaube ich, die gleiche Insel, oder? Fast. Nee, das geht hier ineinander über. Aber sehr dichter Wald. Gibt interessant aus. Ach, du schwimmst? Oder bist du gefahren? Ja, ich bin auf dem Wasser gefahren. Ach so. Boah, so einen lichten Wald will ich ja bei uns auch haben. Boah, ich irgendwo so einen. Alter, was das hier für Monsterbäume sind. Alter, wie geil ist das denn hier drin? Das gefällt mir. Kannst du mal hier kurz rüberkommen? Was ist das denn hier? Ein Riesenfliegenpilz? Wo denn? Ich will sehen. Wo bist du? Im Wald. Sollten wir vielleicht mal wieder uns am Rand treffen? Ja, lass mal wieder zurück. Okay, zurück finde ich, glaube ich. Hallo, hier. Ach, Zombie, nervt doch nicht. Sieht echt cool aus, wie das hier regnet. Bei dir auch? Durch die Bäume. Nö, da kommt irgendwie nix. Aber hier. Alter, what the fuck. Was ist das? Bringt irgendwie aber auch nix. Doch, da war jetzt Fliegenpilz. Vielleicht bauen wir mit was Falschem ab. Alter, sind wir hier in der Nähe von Tschernobyl oder was? Ja, irgendwie scheint das tatsächlich so zu sein. Nimm die Fliegenpilz immer mit. Creeper, Creeper, Creeper. Weg, 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 weg. Boah, das war knapp. Was, mitnehmen? Ja, ich würde gerne den Fliegenpilz irgendwie mitnehmen. Ja, ich krieg nichts in mein Inventar. Oder? Äh, was könnte ich denn wegschmeißen? Ich kann das Egi nicht abbauen, wie so auch immer. Nimmst du ein Schwert oder was nimmst du? Ja. Ich nimm nichts auf, was Egi? Hast du... Ja, nicht jedes Mal, ne? Nur ab und zu fällt da was runter. Bei mir nie. Was soll denn der Kack? Mach du mal die restlichen mal gucken. Doch, da war doch jetzt was. Ich hab nur einen kleinen Pilz bei mir. Wird das so angezeigt? Nee, es wird wie ein normaler Fliegenpilz angezeigt. Ist egal, ist jetzt alles weg. Alter, da sind auch so große Pilze, glaube ich. Das ist hier tatsächlich irgendwie atomverseuchtes Gebiet. Da, hier links. Das sind doch Pilze, oder? Das muss ich mir jetzt aus der Nähe angucken. Aua. Ich sollte abgewöhnen runterzuspringen. Ich hab schon so wenig Leben. Äh, ja. Und ich bräuchte unbedingt mal wieder was zu essen. Können wir mal gut als Regenschirm benutzen hier. Ähm, ich hab gar nichts mehr zu essen, glaube ich. Was? Doch, da, gebratenes Hühnchen. Noch 29 Stück. Ja, erschreckt mich doch nicht, Alter. Achtung, neben uns ist Skalett. 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 Es wird dunkel. Ja, das ist eindeutig ein normaler Pilz. Ein, also normal von der Sache her, aber nicht von der Größe. Wird beschossen. Ich kann dir nicht helfen, ich hab kein Schwert mehr. Musst du Stein machen. Ich bin schon dabei, mir eins zu machen. Ich hab noch Eisen. Warne. Sehr schön. Aber, warum wird das denn schon wieder dunkel? Ich bin schon dabei, ich bin schon dabei, ich bin schon dabei.